Welches Material zu dem Produkt ist zugänglich und wo kann man es einsehen? Zunächst einmal haben wir natürlich unsere eigenen Gruppen in den sozialen Netzwerken, Facebook, Telegram, YouTube und so weiter. Wir haben auch Landingpages für alle Produkte und Websites, die nützliche Informationen darstellen. Darüber hinaus haben wir ein umfangreiches Whitepaper. Ich denke, es ist sehr aufschlussreich und sehr interessant. Jeder, der unser Whitepaper liest, erhält umfassende Informationen über das Produkt und wird, so denke ich, großes Interesse in Bezug auf Ultima bekommen. Abonnieren Sie einfach unsere sozialen Medien, schließen Sie sich unserem Telegram-Kanal an, besuchen Sie unsere Webinare, Seminare und Trainings und Sie erhalten alle Informationen zu den Themen, die Sie interessieren.